So, Sunny soll jetzt für den Film Quatsch trainieren. Dazu kommt dieses Weltwinnstück der Rekorde da rein. Die Aufgabe ist, Sunny muss in das Regal hineinhopsen und das Buch herausholen. Also herausschubsen. Sunny, geh rein! Sunny, geh rein! Ach! Nee, nicht da. Falsche Adresse. Geh rein! Genau. Und push! Hey! Klasse! Und natürlich das Allerwichtigste, unschuldig gucken. Das macht sie schon. Super. Also machen wir gleich nochmal. Dass sie kein Zufallstreiner waren. Okay, Sunny? Rein! Warte! Oh, los, geh rein! Genau. Und rausschubsen. Ja! Und unschuldig gucken, nicht vergessen. Prima! Seht ihr? Sie hat's geschnackelt. Prima! Jutima! Zein!